So ihr Lieben, und jetzt seht ihr auch mal die Stimme aus dem Off. Das ist Martin, mein Personal Trainer. Danke Martin, dass du das so lieb mitmachst. Und jetzt sag mir doch mal, das ist ja auch dein Traumberuf, würde ich doch mal sagen. Warum eigentlich? Also, das ist deswegen so mein Traumberuf, denn ich habe früher sehr, sehr schnell erkannt, dass, wenn ich Menschen tatsächlich helfen kann, besonders in gesundheitlichen Fragen, also sprich, wenn Menschen zu uns kommen, die mit den Gelenken Probleme haben, also sprich Arthrose, Bandscheibenvorfall, Rückenlein oder jetzt im neuesten und aktuellsten Fall habe ich einen Kunden da, der Osteopose hat und eine ganz besondere Sportart verfolgt, und zwar das Stand-Up-Paddling. Und der Lieberichert ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, du, pass auf Martin, ich habe Osteopose, ich möchte aber trotzdem meine Sportart weiter verfolgen, denn sie macht mir nun mal sehr, sehr viel Spaß und bringt mir den Alltagsausgleich. Und daraufhin habe ich dann mit ihm einen individuellen Trainingsplan erstellt. Wir haben viele PT-Stunden zusammen gehabt und jetzt, nach knapp 1,5 Jahren, kann er wirklich sagen, darauf bin ich natürlich sehr, sehr stolz, dass er ein Jahr jetzt keine Verletzungen mehr erlitten hat. Er hatte nämlich so im Hintergrund immer das Problem, wenn er seine Sportart verfolgt hat, hatte der sehr, sehr oft Wirbelbrüche, aufgrund der Tatsache, dass der Osteopose hat. Und wo ich das jetzt knapp vor zwei, drei Wochen gehört habe von Richard, dass er wirklich ein Jahr lang jetzt keine Verletzungen mehr hat, wirklich sein Stand-Up-Paddling komplett verfolgen kann und sich einfach glücklich fühlt in der Haut, wie er jetzt gerade ist, erfüllt es mich natürlich sehr als Trainer, weil ich dann sehe, okay, das Training und die Therapie, die dahinter steckt, hat natürlich sehr, sehr gut angeschlagen. Und ich kann den Menschen nicht nur helfen, dass sie fitter werden, sondern ich kann den Menschen auch teilweise einfach einen besseren Alltag gewähren. Und das erfüllt mich sehr und bringt mich immer wieder dazu, die Herausforderungen anzunehmen, weil wir haben immer verschiedene Personen mit verschiedenen Beschwerden. Aber das sind solche Fälle, wo ich besonders stolz darauf bin als Trainer und mich natürlich sehr, sehr glücklich schätze, dass ich vor allem so einen Beruf ausüben darf jetzt seit knapp sechs Jahren. Ich muss auch wirklich sagen, es ist sinnvoll, gerade wenn man ein körperliches Problem hat. Ich hatte ja viele, viele Jahre, als ich jung war, getanzt und leider daher früh einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und so ist das natürlich von Vorteil, wenn man natürlich so einen Personal Trainer hat wie du, der da gezielt auch darauf eingeht, auch jetzt bei mir mit meiner Bandscheibe, dass einfach man die Übungen aussucht, die einen nicht belasten, sondern die mich und meinen Rücken stärken, weil ich doch auch, auch wenn ich viel unterwegs bin, viel am Schreibtisch sitze. Und ja, das machst du super. Ich danke dir. Vielen Dank. Ich danke dir, Heike, dass du da bist. Und ich freue mich natürlich, dass wir weitgehend zusammen trainieren werden, sodass wir deine Wirbelsäule schön fit kriegen und du deine Körperhaltung verbessern kannst in Zukunft. Danke.